Ja, wenn ich da bitte gehe. Haa, jetzt b***h! Jetzt haben wir zu dritt. Das ist ja wie sehr keiner muss. Sauerstreff. Achso, genau so. Wo sollen wir denn jetzt? Okay, es könnte sogar zu dritt gehen. Karslohacken! Ich kann hier aufwitzen machen. Okay, jetzt sehen wir noch die Lücken. Nicht, dass ich eine vergieße. Jetzt haben wir zwei müssen zählen. Das ist nicht drei. Es gibt die eine in dem Gang, es gibt die eine beim Kohlautomaten, eine beim Kohlautomaten, eine beim Gang und eine beim Tieren, wenn du rein kommst. Also da ist noch eine. Bin noch nicht rum. Ja, die habe ich. Wo ist die nächste? Da? Und eine bei der Tieren, oder? Was? Da, da. 5 Sekunden. Die Gegner haben den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Die Drohne der Gegner hat den Biogefahrgutbehälter... Mit der einzige Drohne, oder? Mit der einzige Drohne. Gehst du noch runter? Ja. Hier zu mir und in meine Richtung. Da braucht es noch keine Bälle. Aha. Also. Das heißt zu wenig, wenn jetzt... ... ... ... ... ... Was ist jetzt auch gegangen? Wo ist es auch gegangen? Sie haben irgendwas gesprengt, oder? Da ist es übrigens auch nicht zu. Haben wir noch eins? Ja. Okay. Ist auch schon eine Kamera. Da unten ist schon wer... ...Twitch haben's. Die Ash wird auch gleich aufmachen. Da haben wir nur gedacht. Einen habe ich. Einen Sledge habe ich gehabt. Ah, Monty ist wieder außen. Ui. Wiev ... Ich hide den Esser. Da passiert es mit der Brand um die ... ... Die Menge an Laser-Side. Ich bin da mal gepinnt. Hab auch nicht getaunt. Wer hat da geschossen? Zwitsch Drohne, ok? Da ist der Monty erst. Wo ist der getaunte? Der ist weggerrochen noch. Da oben. Haben wir hinten auch noch entdeckt, oder? Hinten ins EZ-Pengong. APS. Einer der Monty. Der Gegner versucht nicht mehr den Behälter zu sichern. Weiteren Zugriff auf den Bio-Gefahrgutbehälter verhindern. Zeit läuft in 10 Sekunden ab. Wir haben nur den Behälter zu sichern. Einer der Monty. Er ist schon da. Jetzt müssen wir alle von hinten kommen. Nein, jetzt hat er mich da an. Da mit der scheiß Waffe. Wir haben auch gesehen, dass es hier so hättet. Wir haben nur noch verteidigen. Das packen wir. A3 gegen 5 ist nicht schlecht. Das packen wir. Archiv A hat jetzt echt ein guter Raum für das. Ja, was haben wir jetzt? Eine Wiese. Oh Gott. Kann das auch gehen. Nein. Nicht so geil. Ich bin die Frost. Irgendwas. C4? Hast du einen? C4? Gegen den Monty. Ja, passt. Okay. Du darfst vom Archiv A. Du kannst dich wirklich da unten hinstellen, bei dem Gang, wo der Monty jetzt gekommen ist. Sehst du nach oben, wenn es bei der Wiese geht. Bei der Doppi-Dirke. Ja. Passt. Naja, er kann sich von unten hinhauen, und wir sagen ihm, wenn sie da hinten sind oder so. Stimmt, ja, ist wahrscheinlich noch gescheiter. Auf die Lucken draufhauen, oder was? Auch nicht auf die Lucken. Auf den Boden einfach. Schau. Wenn du durchgehst, man kriegt das. Von unten, ja. Lass dich ja nicht erwischen von den Kameras. Wacht, soll ich von oben irgendwas zumachen? Gibt es denn irgendwas? Schau, bitte. Ah, warte. Die Drohne der Gegner hat den Bio-Befahrgut-Behälter gefunden. Was ist denn? Was ist denn die Drohnebriefe hier? Boah, hat sie jetzt fast nie angeschossen. Bist du aber in Ordnung? Ja, jetzt kann ich arbeiten. Fünf Sekunden noch. Lass da drüberhüpfen. Steine Willkommenswarte auf! Die Gegner haben den Bio-Befahrgut-Behälter lokalisiert. Ich weiß ja nicht. Bring's alles was wenn ich oben drüber geh. Keine Ahnung. Ich probier's einmal. Finster geht auf. Da wird's keine einzige Falle gerufen, gell. Dann schon bei dem Fenster Rapplen rum. Irgendwo geht er rum auf. Ich weiß, ich sag das wenn's dran ist. Passt. Ich hab zwei. Mein Fenster ist einer vorne raus. Da, jetzt mach dich bereit. Von wo? Mach dich bereit da ist ich. Man verfolgt dich. Fuck. Jackal. Ich hab einen Jackal. Sehr gut. Wo war das? Ein Rund? Ja, ein Rund bei der Doppeltier. Gleich, gleich, gleich. Ah, Scheißdreck. Ich hab ihn geschossen worden. Fenster. Platziere eine Razorgranate. Ich muss dir jetzt leider nicht mehr aus sagen, als ich. Detonation vorbereitet. Bei dem Fenster müsste der Zahna kommen. Da ist eine Falle. Bei dem da? Mhm. Schauen wir mal ob sie noch da ist. Oder eine Spreitfläche. Schau. Letzter verbleibender Klingel. Ja. Was ist denn da? Was ist denn da? Hast du es schon gesprengt, also? Nein. Ich bringe auch nichts mehr. Wo ist das? Da, vor dem Fenster. Da ist das ja. Ich geh es noch mal holen. Nein, es werden nicht mehr da holen, gell? Ich glaub auch nicht. Magazinwechsel. 21 Sekunden noch. Wo ist das da runter? Ich hab die Kamera direkt beim Fenster. Also ich kann es nicht sagen, wie ich hineinkommt. Er ist weg. Vielleicht kommen wir bald einen Seite hinein. Ah. Ich behalte sie nur im Blick. Wo? Ah, sie geht hinein bei der Direktor. Ah, siehle. Vielleicht geht ihm meine Falle. Ah, siehle. Jawohl. Assis. Zwei Mal haben wir jetzt fünf herlassen. Ja. Ah. Puh. Loser. Könnten wir uns eigentlich aufnehmen, hm? Ich verstehe es, die Frust. Mhm. Ich speichere es einmal, oder? Speichere es einmal, ja. Wo nicht so fad. Wo nicht so fad.